Der Größenbereich Längen – ein universelles Denkformat In unserer Umwelt existieren Objekte, die voneinander verschieden und deshalb an verschiedenen Orten sind. Zwischen ihnen gibt es also Entfernungen und schon sind wir beim Thema Längen. Längen werden bereits von Säuglingen wahrgenommen und richtig eingeschätzt, wenn sie beispielsweise nach Spielsachen greifen. Eine Behandlung dieses Größenbereiches im Schulunterricht macht aber erst Sinn, wenn den Kindern auch der 100er-Raum vertraut ist, also in Klasse 2. Mit kaum einem anderen Größenbereich kann man aber den Kindern das Prinzip des Messens so schön verdeutlichen. Hier entfaltet der Größenbereich Länge gleich seine Kraft, da er mit dem Messen als Handlung verbunden wird, was anderen Größenbereichen versagt bleiben muss. Der Geldwert einer Sache beispielsweise kann nicht gemessen werden, er wird festgelegt. Bei der Größe Länge hingegen kann das Messen als wiederholtes Abtragen einer Einheit von den Kindern erprobt werden. Und was ist natürlicher als mit dem eigenen Körper zu messen? Auch Kinder verwenden diese Maße, um Längen zu vergleichen. Bei der Verwendung individueller Maße kommt es zu zwei Problemstellungen, die im Unterricht aufgegriffen werden sollten, weil sie zur Entwicklung von Kernideen führen. Die Maßeinheiten sind verschieden und die Zahlangabe, das Maß einer Länge, damit untauglich, wenn nicht gleichzeitig die Einheit mitgeteilt wird. Der Fuß oder der Schritt der Lehrerin ist größer als der Kinderfuß-Schritt. Was aber besagt dann die Aussage, das Klassenzimmer ist zehn Schritte lang? Kann die Großmutter in Hamburg damit etwas anfangen? Wohl kaum, denn sie wird wieder andere Schritte machen. Dass wir etwas mitteilen möchten, dass wir Längenmaße kommunizieren müssen, macht Vereinbarungen, Konventionen notwendig. Es kommt somit zu der Einsicht, dass standardisierte Maße einzuführen und zu verwenden sind. Zum anderen kommen in diesem Problemkreis Kinder sehr früh mit antiproportionalen Beziehungen in Kontakt. Elena braucht 13 Schritte, Luise 17. Wer hat die längere Schrittlänge, macht den größeren Schritt. Der größere längere Schritt führt zu einer kleineren Zahl, der kleinere Schritt zu einer größeren Zahl. Die proportionale Beziehung, die bei der Einführung der Multiplikation genutzt wird, wird hier umgekehrt. Dass sie rechnerisch schwieriger zu bewältigen sind, sollte nicht von Versuchen und Entdeckungen abhalten. Hinter dem Begriff Länge verbirgt sich aber noch mehr. Er bezeichnet nicht nur die Größe von und die Abstände zwischen Objekten, sondern er stellt auch eine Denkform für andere Größen dar, die wenig mit dem engeren Längenbegriff zu tun haben. So sind im menschlichen Denken Zahlen, auch Zahlen sind Größen, in Form von Längenbeziehungen repräsentiert. Von 40 ist die Hälfte 20 und davon wiederum ist die Hälfte 10. Wir denken uns allerdings nicht 40 oder 20 Gegenstände, sondern Abstände zwischen den Zahlen. Die Hälfte einer Zahl zu sein bedeutet, in der Mitte zwischen der Null und der betreffenden Zahl zu liegen. Es sind also geometrische Längenbeziehungen, die unser Denken bestimmen und die Zahlen als Geistesinhalt ermöglichen. Wir sehen in unserer Vorstellung die 99 sehr nahe an der 100. Wir machen aus Zahlbeziehungen also Längenbeziehungen, um sie unserer bildhaften Vorstellung zugänglich zu machen. Aber nicht nur Zahlen, sondern auch Zeitspannen werden von uns als Längen gedacht. Die verbleibende Zeit bis Weihnachten oder die verflossene Zeit seit dem letzten Geburtstag stellen wir uns auf einer Geraden vor. Vielleicht gebogen oder gar verwinkelt, aber linear, Längen betont. Die Herbstferien sind nicht so weit weg wie Weihnachten. Kriegst die Geburt länger her als der Fall der Berliner Mauer. Zahlen, Zeiten und vieles mehr sind in unserem Kopf Längen. Ein wesentliches Ziel bei der Behandlung von Größen ist die Entwicklung von Stützpunktvorstellungen. Kinder sollen realistische Vorstellungen von der ungefähren Länge von Strecken entwickeln. Diese Vorstellungen von Längen sind notwendig, um in Problemsituationen Schätzungen vornehmen und Informationen auf ihre Plausibilität hin überprüfen zu können. Eine Tür ist ungefähr zwei Meter hoch. Eine ausklappbare Tafelseite hat genau einen Meter Kantenlänge und eine wachsene ist 160 cm bis 180 cm groß. Häufig beschränkt sich in der Grundschule die Behandlung der Längen auf die Umrechnung von einer Maßeinheit in eine andere. Eine Rechenfertigkeit, die karikierend überzeichnet darin besteht, das Komma geschickt, um die richtige Anzahl von Stellen nach links oder rechts zu verrücken. Der geistige Aufwand sowie die Einsichtserweiterung hierfür sind gering, dafür ist die Fehlermöglichkeit groß. Natürlich ist es im Alltag wichtig zu wissen, dass ein Meter 100 cm und dass ein Kilometer 1000 Meter sind. Wünschenswert wäre es, Aufgabenformate zu wählen, die einen sinnvollen Umgang mit Umrechnungen rechtfertigen. Die Aufgabe, wie viele Bleistifte musst Du hintereinander legen, um einen Kreis um Deine Schule zu legen, lässt sich nur rechnerisch lösen, wenn man zwischen Zentimetern und Metern umrechnen kann. Umrechnungen sollten so häufig wie möglich in solchen Anwendungssituationen geübt werden. Wie könnte man das, wie man diese Pode veräuchern kann? Wie könnte ich mich da�� conversations. Ich könnte mich da natürlich wieder vorstellen. Wie kann es das? Wie könnte ich ihn eine Sache nehmen? Wie könnte ich unsere Vorstellung haben? Wie könnte man das Monster nehmen? Wie könnte man das?